Musik 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 Anlässlich des siebten Geburtstages der LCS wurde eine tolle Modegala im Dominikanerhof veranstaltet. Gezeigt wurden die neuesten Herbst- und Wintertrends, wie zum Beispiel die neue Kollektion von Fussel, Tom Taylor oder der Zillertaller Trachtenwelt mit seinen steirischen Trends. Aber auch Wutscheroptik oder CCI Sport & Fashion konnte bei den Besuchern der Modegala punkten. Außer der Modenschau natürlich viele Prozente von den Geschäften. Ein buntes Programm, wo unsere Kunden natürlich klasse shoppen können und wirklich den Vorteil von den Geburtstaffesten ausnützen können und das sind einfach die Prozente. Late Night Shopping bis 21 Uhr, damit das wirklich alle Prozente ausgenutzt werden können in alle Geschäfte. Und wir haben natürlich viele neue Geschäfte für unsere Kunden ins LCS geholt, um den Branchenwix wieder ein bisschen durchzuwühlen. Und das, glaube ich, ist uns ganz gut gelungen. Auf alle Fälle wurde zum Nachkaufen angeregt, was beim anschließenden Late Night Shopping auch perfekt möglich war. Das war's! properties